Jürgen Dreefs, der König von Mallorca, plant sein Comeback auf der Bühne nach seinem emotionalen Abschied vor einem Jahr. Bühnen-Comeback von Jürgen Dreefs Als er unter Tränen seinen Bühnenabschied beging, fiel es Jürgen Dreefs sichtlich schwer. Doch heute, rund ein Jahr später, weiß der 78-Jährige. Dieser Schritt war absolut notwendig. Ich habe mich verabschiedet und fühle mich auch sehr wohl mit der Entscheidung. Betont der Schlagerstar in einem Gespräch mit seiner Tochter, welches Joelina Dreefs, 28, als Video veröffentlichte. Denn inzwischen geht es Dreefs gesundheitlich bedeutend besser. Sogar so gut, dass es ihn zurück ans Mikrofon zieht. Dank der Ruhe und Auszeiten auf seiner Lieblingsinsel Mallorca, scheint Onkel Jürgen seine Nervenkrankheit Polyneuropathie weniger zu belasten. Eine Glücksnachricht, die nicht nur die Schlagerwelt erfreut. Hat er die Krankheit also besiegt? Ich glaube, es geht mir ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren, so der Partysänger. Er philosophiert, man könne natürlich denken. Dem geht es ganz schlecht, der kann bestimmt kaum mehr laufen, der liegt die ganze Zeit nur im Bett. Nein, dem ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Denn Jürgen Dreefs ist keineswegs abgeneigt, hin und wieder mal aufzutreten. Wenn irgendeine Institution sagt, jetzt möchten wir dich dafür haben, dann werde ich bestimmt nicht Nein sagen. Das Vater-Tochter-Duet mit Joelina in die schönsten Weihnachtshits wird also keine Ausnahme bleiben. Erfreuliche Aussichten. Vielleicht lässt sich der König von Mallorca ja sogar nächsten Sommer zu einem kleinen Besuch in seinem geliebten Megapark an der Placcia de Palma hinreißen. Für die Fans, und ihn selbst, wäre dies sicherlich eine Herzenssache. Heute ist noch eine Herzensmuss mit meiner Zeit zurück. Am besten wünsche dir Karton ein麥mer. Für die Fans, die diese robbery zu haben, lieben